Ich habe wieder was gehäkelt, habe ich hier so ein kleines Männchen und so eine kleine Figur gehäkelt. Das hat mir Spaß und Freude gemacht, wieder was. Ich habe so lange nichts mehr gehäkelt. Ich fange jetzt dann wieder langsam an, was zu häkeln und irgendwann will ich das auch verkaufen. Mit keinem Geld, nur kleines Geld. Es gibt viele Leute, die haben das Geld nicht und Kinder haben das Geld nicht. Denen geht es auch nicht so gut, die Kinder, die haben das Geld einfach nicht dafür. Habe ich gehäkelt, mir macht das Spaß und Freude. Man kann sich entlassen, sich zurücklehnen und die Seele bauen lassen dabei und man was anderes denken. Man kriegt ja auch keine Depression dadurch und man bleibt einfach gesund dabei. Mein Theo schläft gerade, der schläft gerade wieder. Die Hasis mümmeln auch wieder mit ein bisschen, die Hasis. Und es ist kein schönes Regenwetter draußen. Es ist kein schönes Regenwetter draußen. Es ist nicht so schön, das Wetter. Man muss das Beste draus machen, vielleicht häkelt ihr mal auch was oder was macht ihr. Es gibt Spiele zu machen, die man drinnen. Auch Würfelspiele gibt es und alles gibt es so nun und dran. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, einen Mittag und tschüss. Tschüss.